Moje Fans! Nämlich hier unten in die Zentrale von dem Fahrding. Was war hier? Ah ja, hier steht irgendwas vor der Tür. Ich gehe kurz hier runter. Denn hier können wir... Wie, das zu? Können wir nämlich die Dinger anmachen, die Bahn. So, Achtung. Kann man das... Ah, jetzt fährt sie. Ja, ich gehe jetzt runter, weil ich nicht mehr weiter kann. Ding abreißen, ja. Wir wollen keine Kameras. Der hat ja zu genagelt. Das fasse ich jetzt nicht. Er kommt direkt hinter mir her. Ja, ich versuche... Wow, wow, wow. Was fällt denn hier runter? Ah, die Bahn fährt gerade die Obstacles um. Bitte, bitte, bitte. Oh Gott. Die Hindernisse werden gerade von der Bahn umgefahren. Deswegen fallen die dann runter. Da waren wir jetzt ja eben. Mal gucken, was hier ganz oben ist. Oh Gott, da ist doch bestimmt ein Hai drin. Nee, okay, kein Hai. Okay, wartet. Ich war eben fast ins Gesicht. Jawohl, jetzt können wir hier langhüpfen. Geil. Okay, warte, ich verstecke mich hier. Ich verstecke mich hier. Uh, uh, uh. Da kommt die Bahn. Oh fuck. Oh no. Man kann auch sterben, shit. Die Bahn fährt jetzt. Alle Hindernisse sind aus dem Weg geräumt. Guck mal, ich schlage das hier kaputt. Neben dem Ding. Jetzt schlage ich das hier. Nee, wisst ihr was? Doch. Ich schlage das hier kaputt. Geh rein. Und guck, was hier hinten ist. Grüne Schloss. Okay. Was ist hier nochmal? Hier oben? Da brauchen wir ein silbernes Schloss. Man konnte hier irgendwie drüber springen über Kreuz. Passt auf. Ich weiß, wie ich es noch voll weiß. Ja. Kommt der Kammer durch, ne? Jawohl. Leute, easy. Es ist so easy. Also, wenn man es halt schon mal gemacht hat, ne? Oh, fahr schnell zu. Ich nehme mir ganz viel Kleber mit. Gut. Was war dann hier drüben? Man muss... Das ist dieser Jump. Da ist irgendwo was. Okay, wartet mal. Das mache ich gleich. Wir gucken noch kurz. Da ist zu. Ist hier auch zu? Ist auch zu. Hier ist überall zu. Pass auf. Man muss jetzt so durch. Und aha. Aha. Aber ich glaube, wenn ich den nehme, welche Schüssel... Oh. 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 Das Ding. Oh. Fuck. Wie komme ich da hin? Okay, warte mal. Es ist nicht ganz das wahre. Ich brauche das. Ich brauche das. Okay, okay. So weit, so gut. Wir wissen ja jetzt... Wir wissen schon mal, wie wir hier hochkommen. Voll komisch. Jetzt bin ich überhaupt nicht der Leiter dran geklettern wie ein Wahnsinniger. Also. Wir haben die Bahn angeschaltet. Was passiert, wenn die uns anfährt? Ich habe keine Ahnung. Aber ich laufe jetzt mal hinterher. Die ist hier gerade. Da unten fährt... Ha. Alter, er ist hier... Wie kann der denn bitte schon aufs Dach kommen? Dem geht es zu gut. Hoppala. So kommen wir nämlich in die Zentrale von der Bahn, ne? Ne, doch nicht. Doch. Wo ist das? Aha. Aha. Komplett nutzloser. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Und dann noch gestorben, Alter. Der Nachtraum. Der Nachtraum. Bitte seine Chiebel ist... Ah, nein. Geh weg. Oh, 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 oh. Gut, wir haben jetzt keine Taschenlampe. Das ist wahrscheinlich blöd. Im Nachtraum. Und da ist er. Der geht jetzt auf. Genau. Weil es ja Nacht ist. Macht Sinn. Jetzt stelle ich den Stuhl dahin. Geh rein. Ich kriege den Stuhl nicht dahingestellt. Hallo? Stuhl, bitte. Falls die Tür zufällt. Ich will nicht sterben. Stuhl. Oh mein Gott. Wenn er dann da steht, komme ich nicht durch. Ah doch. Und jetzt muss ich den Tag rauben. Wie geht das? Ach ja, genau. Genau. Ich halte die Tür jetzt offen für den Tag. Das ist schon mal vorbereitet. Die Prozedur. Das ist der Bahnhof. Tower Mall Denvalem oder so. Hier können wir aufmachen. Dann kommen wir an die Steuerung dran von der Bahn. Hier geht es irgendwie runter. Ah, in den Raum. Okay. Hier sind noch Rolltreppen, die ins Nichts führen, glaube ich. Genau. Wir brauchen jetzt dringend dieses, diesen, diesen. Oh, will ich. Ja, warte mal. Hier. Hier, hier, hier. Ja. Okay, perfekt, perfekt. Ich esse noch kurz ein Stück Torte. Hallo? Können wir nicht nehmen? Oh Gott, ein Stück Torte. Die geht es echt gerne. Im wahre Leben. Warum ist ein Geschenk? Pass auf. Ich mache hier auf und gucke, was es ist. Wir sind jetzt hier im... Oh, wir sind in seiner Zentrale. Hören wir mal aus. Die braucht er ja nicht. Was passiert, wenn ich hier... Wenn ich das hier öffne, wo komme ich denn hin? Oh! Es geht direkt wieder zu. Achso, aber ich komme direkt hier durch, ne? Ah, sehr schön. Sehr schön. Und wo geht es dahin? Alter. Der Stuhl ist eben umgefallen. Einfach so. Das ist voll ins Bürgeridee. Ich habe es voll im Griff. Jetzt gehe ich hier hin und zwar ist das sein Bad. Und ihm kacke ich jetzt in die Wanne. So. Und jetzt soll er mal gucken, wie er tut. Wo komme ich? Ah. Ein Schlüssel! Hier ist einfach ein Schlüssel. Was ist da drin? Warum kann ich da nicht durch? Ah, das ist zugeschlossen. Aber ich glaube, da komme ich dann direkt mit diesem Schlüssel rein. Wenn ich das hier aufmache, bin ich im Gang. Das ist eigentlich auch so ein dummer, unnötiger Schlüssel. Genau. Guck mal hier. Jetzt kann ich die Schlüssel nehmen, öffnen. Der Schlüssel ist unbrauchbar. Das Schloss ist gerade unbrauchbar. So. Und jetzt komme ich hier hin. Naja, egal. Wir öffnen einfach schon mal alles. Und jetzt kann ich die Schlüssel holen. Hiermit. Ich glaube, das hier haben sie einfacher gemacht. Das hier war nicht. Man musste da so einen ekligen Seitensprung machen. Und dieses Stück Dach war nicht davor da. So. Schlüssel haben wir schon mal. Und jetzt kann man noch... Können wir das umlegen, ja? Aber vielleicht können wir da was dran werfen. Wahnsinn. Wahnsinn. Wie gut ich schmeißen kann. Jawohl. Jetzt können wir da oben durch. Alter, wie schnell das geht. Ich dachte echt, wir brauchen hier für 800 Millionen Runden. Was ist das? Ah, ja. Das war auch ein cooles Ding. Pass auf. Mit dem Schirm kann man fliegen. Da hat sogar mal jemand für mich eine Fanart gemacht. Wie ich mit dem Schirm so rumfliege. Ich habe ja gerade auch so eine schlechte Sicht in den dunklen Bereichen. Das ist echt schwierig, weil die Lichter ja bei mir hier an sind. Ich kann dann fast nichts sehen. Pass auf, ich muss das öffnen. Also runterfahren lassen. Jetzt fährt das runter. Und jetzt muss ich mich auf dieses Ding draufstellen. Und dann mit Cardons da hinschmeißen. Bis ich losfahren kann. Komm. Jetzt aber. Na also. Bing. Hallo. Da war doch eben noch ein Stuhl gestanden. Ich habe auf den Bildschirm gespuckt. Oh, nee. Oh, nee. Oh, das war so sackschwierig. Man durfte sich nicht vor diesen Viechern erwischen lassen. Okay, Leute. Das nächste Folge. Macht's gut. Dankeschön. Daumen nach oben. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.